Hallo meine lieben Sportkameraden auf MaverickTV, mein Name ist Maverick Berlin und durch die Corona-Krise liegt der Spielbetrieb flach und ich habe mir lange Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, es ergibt einfach keinen Sinn gezwungenermaßen Videos zu drehen, ja, denn, ja, das was wir gerne hier machen und schauen, sind natürlich die Prognosen und diskutieren gerne über die Fußballgeschehnisse, die aktuell passieren, Tag für Tag, ob Bundesliga, Champions League, Europa League oder Länderspiele oder halt internationale Spiele und, ja, ich habe lange, lange überlegt und das ist jetzt erstmal, für eine längere Zeit, das letzte Video, nicht nur, nicht nur wegen der Krise und dass keine Sportgeschehnisse laufen, mein Sohn kommt jetzt ja auch langsam zur Welt und, ja, die Pause kommt eigentlich jetzt ein bisschen gelegen, um wieder neue Kraft zu tanken und sobald Informationen reinkommen und offizielle neue Termine stehen, wann es wieder losgeht, dann könnt ihr mir auch vertrauen, dass ich natürlich vorbereitet, schon ein paar Tage im Voraus am Start sein werde, deswegen erstmal, lasst uns erstmal hier alle gesund über diese Corona-Krise, diesen Coronavirus kommen und Sport steht momentan an zweiter Stelle, wenn nicht sogar an dritter Stelle, Familie, Gesundheit und dann kommt der Sport, deswegen verabschiede ich mich auf unbestimmte Zeit hier von euch und wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder losgeht, meine lieben Sportkameraden und Freunde der Maverick Army, in diesem Sinne, Peace Outa und Ratatatata macht die Geldzählmaschine, yeah!